Alter, wird der jetzt 14 Minuten durchrappen? Bonny Trash 31er alter Lelele Lelele Es tut mir leid Es tut mir leid Ich habe ein YouTuber gedisst, sie angespuckt und beleidigt Wollte nur dazugehören, ja man, ich war so neidisch Trag eine Maske, so ein Nazi, so ein Feigling Ey, Bro In meinem Herzen hörst du dazu, man Du weißt, dass du immer zu mir kommen kannst, wenn du Minecraft spielen willst Wähl dich Das, was ich tat, war so falsch Ja man Ich habe was komplett anderes erwartet bei Reportagen, bin ich ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen baff, Alter Das ist, äh, Reportagen, wenn's dir nicht gut geht, ne? Blinze zweimal und schreib auf Twitter ttttttttttttt Genau so, dann retten wir dich Kein Brief mehr und nicht mehr streiten, will mit euch zusammenarbeiten, denn so kann man mehr erreichen. Jeder will ein Stück vom Kuchen, lass doch mal die Leute machen, leben und auch leben lassen, nie wieder hier Hass verbreiten. Kein Brief mehr und nicht mehr streiten, will mit euch zusammenarbeiten, denn so kann man mehr erreichen. Sehr gut, Leute, jetzt wird... Hässlich. Oh, nice, Alter. Ja, Mann. Du nimmst kein Herz in eine Maske, trägt einen Diss-Track, schreibt aber sein Gesicht nicht zeigt, nimm das nicht persönlich, du Bitch. Geil, dann muss ich dieses Jahr gar keinen Diss-Track an irgendwen machen, Alter. Machst du jetzt gehofft und kriegt direkt so einen auf die Fresse, mega nice. Gib ich Sonny einmal, Doggy, sieht sie auch nicht mein Face und trotzdem wird sie gefickt. Heute gibt es mehr an die Fresse und dafür weniger Fakten als von Pinocchio den Chat, denn du bekommst Panikattacken und bist am Rennen wie Apache. Wenn ich die Zwillinge ohne Grund kille, herrschten bei W-W-W-Funkstelle, lieber höre ich Lieder von Mero, statt mir nur ein Video zu geben. Von diesen Jero, du kleiner Lauchköpfer wie Skeletor. Komm in dein Haus und sorg für Horror wie bei Eleanor. Ey, da lieg's dope, weil du saugt das mal auf. Gemeinde, seid ihr gut drauf oder was? Eins in die Kommentare. Knossi? Und ich kam aus dem Nix wie ein Darmsturm. Nach meinem Diss hat SkyGuy so rapide abgenommen, als hätte er ein Bandwurm. Denn es hat dich psychisch belastet. Ich hab euch Jünger verachtet und danach physisch geschlachtet und erstmal physisch betrachtet. Bro, Alter. Anders Nice, Mann. Seid ihr keine Gegner für mich, ihr seid nur Mädchen für mich. Für immer Dünn, Geil und Auer, eure Fans tun mir immer noch leid. Vielleicht hab ich kein Gesicht, doch dafür habt ihr zwei. Diese High News Time ist um Kasseln, so wie Menta Essen in den Teil der Bericht. Denn der Typ hat noch nie sein Hemd gewechselt. Ich riecht... True High News Time hat immer das gleiche Hemd an und frisst sich einfach voll, Junge. Alter, Junge, da geht aber gerade gegen jeder hier einen Schuss raus, wa? Ich kann hier gar nicht auf den Text eingenommen, Leute. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel, dass ich jetzt hier jedes Mal jede Line auseinander sein könnte. Das ist tight on beat. Der Beat ist extrem nice. Mische wieder extrem stark. Mastering auch. Will jetzt hier gar nicht zu sehr rein. Aber es geht mir sehr gut rein, Mann. Auch in Plastikflaschen. Shirin Hadash, so wie Nicki Minaj. Aber du bist nicht wie sie, du bist ne deutsche Kopie. Meine Liste ist lang, ich fang gerade erst an. Mit dem Kopf durch die Wand, diese Plattform ist dran. 30 Euro für ein Foto mit Victoria Sarina. 90 Euro für ein Ticket, Alter, seid ihr Dua Lipa für die Kits... Seid ihr Dua Lipa? Nein, sind sie nicht. Seid ihr zwei Helden aus der Internetwelt. Aber man wird auch nicht so schnell, wenn man die Stimme versteht. YouTube Germany, es gibt so viel Schwachsinn nach draußen. Die zwei sind aus Österreich. Aber ich möchte ihn nur ganz kurz klarstellen. Da habe ich nichts mehr zu tun. Stimmt. Und was eigentlich mit Julians Block? Nimmt der Heroin? Ab dafür. Oh, Luca! Mein Name ist Luca, ich wollte mal fragen, können wir heute im Club rein? Ähm, ich stehe gerade mit ein paar Leuten draußen. Und ich würde auch eine Story machen. Ich glaube, da sind wir VIP. Ich habe das schon sehr oft gemacht. Und ja, Champagnerflaschen hätten wir auch gerne. Ey, ist das in Ordnung? Der kleine Luca kommt wieder nicht in den Club rein. Oh, dope, Alter. Kommt mit dem Housebeat rein. Sehr stark, Mann. Sehr stark, Alter. Weil nicht mit mir, nicht mit mir. Lichter sind so bunt, ja. Es könnte auch ein Puff sein. Nicht mit mir, nicht mit mir. Stark, Alter. Ich bin ein Gottverdammter Promi. Nicht mit mir, nicht mit mir. Ey, ich feiere sowieso Houserap momentan so krass sehr, Alter. T auf jeden Fall saustark. Kann euch nur empfehlen. Dennis, dies, das, Leute, mal auf Spotify auszuchecken, Alter. Absoluter Ehrenbruder, Digga. Wirklich sehr, sehr stabile Takes, Mann. Passt aus wie zu Housebeats. Saugeil, Mann. Arbeite hart, Influenza ist kein Hobby. Nicht mit mir, nicht mit mir. Andere zahme Geld, aber ich zahle mit Story. Nicht mit mir, nicht mit mir. Bring den Champagne nach oben in die Lobby. Nicht mit mir, nicht mit mir. Hat man viele Likes, hat man VIP-Bereich. Nicht mit mir, nicht mit mir. Ruf meinen Manager, habe ich mal wieder Streit. Nicht mit mir, nicht mit mir. Alter, er kriegt einen kompletten Part. Ey, ich krieg jetzt nix gratis, oder was? Mette, da, hallo. Hallo. Labert auch kein Nö, deine Fans, die da macht. Sie gehen nicht in den Club, nein, die schlafen in der Nacht. Ja, Mann. Ja, Mann, Digga. Stark. Sehr, 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 sehr stark, Mann. Oh, mein Gott, Digga. Tanzen so wie Tiere von Execute. Abonniere meinen zweiten Channel, Reportagen 2. Wir müssen immer auf Nummer sicher gehen. Ihr kennt die neuen Richtlinien. Wenn ihr weiterhin Musik wollt. Erster Link ganz oben in der Beschreibung. Kommt alle gut ins neue Jahr. Aber wir, liebe Gemeinde, wir haben hier noch was zu erledigen. Das hat ihn auch echt gefickt, Alter. Das hat Gurkensohn richtig, richtig komplett auseinandergenommen, ne? Dieser, dieser, dieser Skandal, Mann. Warten auf dein Statement und du traust dir nicht mal rauszugehen. Hauptsache, mitten in der Nachform und ist auszustehen. Hast du kein Respekt, sowas machen, arme Würstchen. War wohl in deinem Fall, heißt es armes Gürtchen. Break auf wieder Abos, sonst bei Julian den Sibi. Du bist schon genug geschlafft, du bist der Kosei von Bibi. Yunus, Amiri, Wallaha, Bibi. Machst dich zum Affen wie der Mann von Gigi. Ich hab gehört, der kleine runde Jengiz hat mit diesem Jan und André öfter Sandwich. Alter, warum denn Jengiz, Mann? Der hat doch nie was getan. Wir sagen das und dann stimmt es automatisch. Echt nur ein Arschweg, alle oder gar nicht. Ich glaub, ich starse die Nase als Pickel zum Bergsteigen. Und warum kriegst du in deinen Namen mein Sternzeichen? Hab dich schon gedisst und ich schände keine Leichen. Doch diesen Nasenswitz konnte ich mir nicht verkneifen. Sie bleiben auf diesem Track hängen wie Pep-Reste. Machen göttlich Sachen bei Farfetch. Ich hümmel Waffen im Darknet. Pick mal an Givenchy, dann Ballenzerga Burberry. Gucci, Prada, Louis V. Immer dieser Office, mir wert in teure Designermarken. Hab kein Geld für Bus, aber Versace hängt am Kleidehaken. Nichts ist immer an uns, der sagt zu mir, feier ich. Bro, nicer Drip. Feier ich extrem. Mach ich's mal auf so, dann sind die Teenies am Nerven. Und die meisten schreien Boo wie auf NS-Konzerten. Spielt Roman einmal live mit seinen dämlichen Bruder, der... Oh, die meisten schreien Boo wie auf NS-Konzerten wegen Bushido. Wer es nicht verstanden hat, raus. Das wäre eine Antwort gewesen, Alter. Wenn Amthor einen fucking Disstrack released hätte. Ohne Witz, Mann. Ohne Witz, Digga. Okay, das weiß ich jetzt nicht, ob Luna, also ich kenne Luna sehr gut. Ich weiß nicht, ob Luna mir Geld schlagen würde. Also, ob sie ihn generell boxen würde. Ausrufszeichen Prime. Ah, Petro ist echt fett geworden. Ist doch alles Spaß an diesem Tisch, wird nicht gelogen. Die Bonny, sie hat Langeweile und verkauft die Heilsteine. Das sind alle verballerten Anhänger und Langekette. Denn du weißt, wie man Money macht, nenn dich doch Bonny Bill. Gates, vielleicht halte deine Steine, ich auch deinen Clickbait. Abonniert, Rapslap, wer und Gegenteil tagt. YouTube Germany. Eine Reaktion, du machst eine Reaktion. Ich mach eine Reaktion. Dann mach ich ne Reaktion auf deine Reaktion. Dann machst du ne Reaktion auf meine Reaktion. Ganz wichtig, Leute, kein Original-Content mehr. Jeder reagiert nur noch, so wie ich gerade. Perfekt. Eine Aussage von Bella, Cinderella, mir ist wichtig, dass da man einen fetten Wagen fährt. Reicher ist das Dago-Beer. Denk mal nicht so materiell und mach mal weniger Business. Das ist der Grund, warum du deine echte Liebe nie findest. Biss... 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 Bro, Alter. Er fickt ja wirklich jeden, Junge. Er fickt ja wirklich einfach komplett hier jeden. So nice, er hat mir den Jahres-Rap-Lick, den ich dieses Jahr nicht gemacht habe, einfach mal abgenommen. Ehrenbruder, Digga. Und hat es 20.000 Mal besser gemacht, als ich es jemals hinbekommen hätte. Butterfly-Effect. Diese Szene hier ist wack. So wie Cynics' neuer Track. Wegen Leint habt ihr Hype. Wegen Leint seid ihr reich. Also zeigt ihm Respekt. Und da schreibt ihn ein Check. Du bist doch nur 90. Kinder haten mich, weil ich mehr als ihre Eltern verdiene. Ich fütter diese Mirella mit einem Baby-Delfi. Man kontagen kann nur Dissern. Ist selber nicht fehlerfrei. Lieber nicht fehlerfrei. Alkuh sein wie Heraschei. Unter deiner Maske siehst du bestimmt wie ein Dulli aus. Er schn... Alter Schwede, Junge. Punch auf Punch auf Punch, Junge. Leide ich mir meine eigene Zunge raus. Bevor ich die Pussy leg von Lucy Cat. Timo Scho will Tiere quälen. Wenn wir uns mal sehen, wird ihnen ihre Fählen. Immer ein Löser, ein Fucker-Briller-Wolf, Verdehle-Standard-Skill und Raptor-Ball wie Haftbefehl. Findest du das lustig? Digga, bei dir läuft nicht. Es sei Resi, push dich. Ich geb dir Luftkicks, bis du kaputt bist. Es ist die gottverdammte Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Danke. Einfach nur, einfach nur zu stark. Einfach nur zu stark. Einfach nur zu stark, Mann. Vielleicht sieht das alles hier nach Mobbing aus. Seh ich nicht so, Digga, denn ich schmücke nur mein Hobbyraum. So sieht man sich wieder, Digga. Hallo, Junos, weh. Ich hab dein ganzes Leben hier auf einem USB. Es ist völlig viel passiert.